So, kannst du mich jetzt hören? Okay, ich weiß auch nicht, wieso das Mikrofon nicht funktioniert, ich musste die Kamera abziehen und dann nochmal reinstecken und dann hat es funktioniert. Okay, ich weiß auch nicht, wie es die Kamera ist. Nein, das würde ich doch nicht machen. Diese Blume verhält sich ein, aber ich weiß ja auch nicht, was ich möchte. Es sah eben aus, ob sie gestaggert wird und sie wurde gar nicht gestaggert. Ich habe sie gestaggert. Ja, irgendwie erkältet, glaube ich, aber ansonsten okay. Und bei dir? Cool. Dann kannst du nächste Woche streamen. Dann wird Marco sich freuen. Ich kann nicht weiter coachen. Hat Marie eigentlich irgendwas gehabt? Ich weiß nicht, mit dem Magen, vielleicht hat sie irgendwie Magen-Darm mitgebracht. Okay. Okay, das ist Marie, ja? Hier scheint es gut zu gehen. Ich bin sicher, ich bin sicher. Okay. 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 What about you? Das war's. Das war's. Ach, der rennt. Ich hab das auf den Chat gepuckt. Das war's. 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 Okay. Okay. Ja, Klopp. Ja, genau. Ich bin Ja, Klopp. Hey, Marco. Und das ist Marco. Ich bin Ja, Klopp und das ist Marco. Vielleicht musste Marie fragen. Ja, Klopp. Und Marie, möchtest du eine Kopfnuss? Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ja? Natürlich, ne? Du magst Kopfnüsse, Marie, ne? Das sind die besten Nüsse. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. ich war sand, das überlebte doch nicht das stimmt ja Ja stimmt, vielleicht mag es sie deswegen, weil das die einzigen Nüsse sind, mit denen sie nicht ganz so doll anschwillt. Ja stimmt, vielleicht ist es nicht so doll, dass sie 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 nicht so doll. Ja, ein paar Kopfnüsse. Die Kloch ist kind of leidend. Okay, das kriegen wir hin. Ich sehe die ... ... 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 ... ... ... ... ... ... Das war's. 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 Okay. 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 Äh. Was war das eben? Das ist noch kein Bock mehr. Das ist noch kein Bock mehr. Das ist noch kein Bock mehr. Okay. Das ist noch kein Bock mehr. Das ist noch kein Bock mehr. Das ist noch kein Bock mehr. Das war's für heute. 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 Danke, dass du mir ein Bubble kaputt gemacht hast. Du bist auch auf die Fresse, kannst du haben. Was hat der denn für eine Waffe? Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Just so schnell. Das funktioniert überhaupt nicht. Das war's für heute. 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 Wenn ich rangehe, macht er seine Follow-ups. Ich kann überhaupt nicht rangehen an ihn. Das war's für heute. 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 Ich hab' ich hab' ich gesehen, dass es auf mich geht. Das war's für heute. 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 Besonders, du hattest ja gerade erst Wandputzen bei dir. Das war's für heute, ne? Das war's für heute. 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 Und dann, wenn ich fertig, fertig trinke. Das war's für heute. 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 Und dank Kevin. Na und dank mir, wenn du, ne? Das war's. Ja, genau. Ich glaube, war das falsch. 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 Okay, ich weiß echt nicht, was mich da getroffen hat. Und was sie mich jetzt getroffen hat, weiß ich auch überhaupt nicht. Achso, nee, das war mein Sammler. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Das war's.